Musik 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 Jo Leute, herzlich Willkommen, ich spiel heute Eine Runde Rage Mode Wer Bock hat, bleibt dabei Wer keinen Bock hat, der schaltet uns ab Ja, hab ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, ich spiel auf der 179, irgendwie Mein Skin ist da, aber die anderen Die sind so skinlos Und ja Ich bin mal gespannt, ich hab das schon Seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und was mir gar nicht passt Ist, Achtung, oh ne Doch, ne, halt, 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 wir machen das Jetzt einfach mal auf 10 Chunks Ich weiß nicht Ich muss nachher mal gucken, warum ich Ab und zu diese, diese Einbrüche hab Das will ich nämlich gar nicht Oh nein Ich brauche jetzt Rage Mode Also, ich nehm's nicht auf, weil, äh, ja Äh, bla bla Sondern einfach Weil's mir im Moment, äh, lol Ich hab den doch auch getötet So, der ist weg Weil's mir im Moment so ein bisschen Ich will nicht sagen Scheiße geht Aber, weil's mir im Moment so ein bisschen komisch Ich weiß echt nicht, äh, was ich so denken soll von mir selber Ich bin sozusagen verwirrt Wow Alter Spacko So, der ist weg vom Fenster Und bam Der nächste Oh, halt Oh, Mann So, egal Ich hab jetzt 3 Tote und 2 Kills Das ist gut Oh, ja, den hatte ich, den hatte ich Oh, der war schön, der war schön Ja, ich will jetzt einfach so ein bisschen meinen Rage rauslassen Ich weiß Das hört man mir einfach nicht an Äh Weil ich Einfach Mit den Gedanken Einfach komplett woanders bin Könnt ihr mal versuchen zu erraten, äh An was ich so Denke An was Ich Oh, oh Ah Ulrich Das hat mich voll erschreckt Das Glas zerberstet Und ich Hui Jo, 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 jo Läuft bei mir Bam Scheiße, läuft bei mir nicht Ah, schade Jo, der war weg Beziehungsweise der ist weg Gerade voll die Bogenskills kann es sein Oh nein Wo kam der jetzt schon wieder her? Dieser Aha-Ismael, der geht mir auf den Keks Oh Oh Ihr Hunde, ihr Dreckigen Oh lol Scheiße Das habe ich mir glaube ich selber versaut Jo, der, wow Hä? Wisst ihr, der Typ ist der Typ nicht gerade despawned und Wow Nein Fuck Wow Wo kommst du her? Hä? Ah, Ficker Häslicher Kleiner Jo, der war gut Der war auch gut Wow So So, nochmal ein guter Kill Ja, 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 ich komm wieder Ich komm wieder Wow, hä? Ohne dass ich jetzt was mitbekommen habe, bin ich gestorben Auch gut Ah, was? Die Leute, die von hinten kommen, sind absolut assi Wow Oh, ich habe ihn aber getroffen Ja, ich habe ihn getötet noch Oh, nice, 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 nice Gut, ähm Huch Und zack Jo, jo Ha, 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 ha Bam Mir gefällt es irgendwie gar nicht So, bap Lol Wo kam der Wichser? Äh, Witcher heißt der Ich les alles Wichser Idiot Nein Die Axt hasse ich Das ist voll so zum Achtung Achtung Bam Nein Ha Ficken Ich brauche einfach zu lange Jawohl Wow Pfuh Aber Oh 20 Tode Ich glaube mein Schwein pfeift Da oben steht der Wichser So Huhu Alter Wenn du einfach unter Dauerbeschuss stehst, kannst du nichts machen Alter Jaaaa Man Hä, warum bleibe ich bei 20 Toten stehen? Jawohl Endlich mal so Wow Fuck Nein, der ist schon wieder mit seiner scheiß Axt Die Axt regt mich auf Ich kann ihn nicht selber benutzen, weil da jemand Oh Oh Das erste Mal, dass ich jemanden mit der Axt gekillt habe Wuhu Das muss gefeiert werden Achtung Wo ist der Typ hin? Nein Fuck Ja, gut Nein Nein Ich habe die Axt noch gesehen Oh Gott Jawohl Jawohl Ah, was? No Wenn von allen Seiten die kommen, da hast du einfach Keine Chance Ich könnte mich Wow Ich bin Oh, Lake bin ich schlecht Zum Glück bin ich nicht der Schlechteste Ich suchte das auch nicht so Oh Oh Alter Ja gut Die Runde ist vorbei ÄATH Buh B LAURUA Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, das war's. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Ich war gerade am Ende ein bisschen behindert. Äh, ja. Schreibt mal alle Hashtag Behindert in die Kommentare, wer bis hierhin gesehen hat. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis dann.